So, wir sind ein bisschen im Wald spazieren. Der Kerl hat sich noch kein Steckchen. Okay, er hat sich eins geschnappt. Ist wieder ziemlich windig. Ich bin gespannt, ob wir da hochkommen. Sollte doch möglich sein, ne? Das weiß jeder Bescheid, Jeff. Guck mal, von hier sieht man sogar noch. Oben liegt noch Schnee. Hier ist recht schön, hier ist abgelegen. Hier sind trotzdem auch noch ein paar Hunde unterwegs. Wir haben zwar noch keinen hier direkt getroffen, aber schon gesehen. Hier ist jetzt auch nicht so durchwachsener Wald, sodass die ganze Zeit aufpassen muss, dass er mir nicht stiften geht, weil er wieder irgendwas in der Nase hat. hier ist echt ganz gut. Aber er ist vorsichtig. Er ist extrem vorsichtig. Hab ich noch nicht gesehen bei ihm. Wenn ich hier laufe und hier knackt so ein Stock auf einmal dreht er sich um. Hier ist er nicht ganz koscher. Und da hinten ist ein... Ja, da hinten bildet ein Hund. Ja, was ist da, Jeff? So, haben wir genug geredet. So, gut. Kommen wir weiter. Und da.